Mein Name ist Manuel Schiedorf. Mein Vater und ich haben mein Fahrzeug- und Sportunternehmen. Da ich den ganzen Tag auf der Straße unterwegs bin, hilft mir meine Stadtbank, sowohl mein geschäftliches als auch mein Privatkonto jederzeit im Blick zu haben. Neue Wege gehe ich, indem ich immer auf der Suche nach neuen Geschäftspartner bin. Und dafür nutzen wir auch die neuen Medien.